Hello Nation, tolle Neuigkeiten für den BVB. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. In etwa einer Woche trifft Borussia Dortmund im Champions-League-Finale auf Meister Real Madrid. Allerdings müssen die Spanier den Ausfall von Aurelien Schwameni verkraften, der ausfällt. Der BVB steht vor dem größten Spiel der Saison. Im Champions-League-Finale treffen die Westfalen in acht Tagen, 1. Juni, auf Real Madrid, den 14-fachen Meister. Nach einer uneinheitlichen Saison in der Bundesliga haben Edin Terzic und sein Team weiterhin Chancen auf den Titel. Der BVB geht mit aller Bevorzugung der Gegenseite ins Finale, doch kurz vor dem Spiel erleidet der Gegner einen herben Rückschlag. Aurelien Schwameni wird verletzungsbedingt beim Finale fehlen. Der 24-Jährige war in dieser Saison Stammspieler im defensiven Mittelfeld der Königlichen und stand in 38 Spielen für Real auf dem Feld. Der Franzose verletzte sich im Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern München, 2 zu 2, am Fuß und konnte seitdem kein Spiel bestreiten. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.